hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme und heute gibt es wieder orakel und zwar die erste bundesliga startet heute wieder mit bayern gegen schalke ja neue saison neue spieler bei neuen teams bei den bayern gibt es ja zwei drei stück sané und ja ein paar andere wo ich mit namen noch nicht so gemerkt habe aber egal ja heute habe ich für euch hier leider nur die match attacks action von der saison 19 20 bundesliga gibt es noch nichts neues fifa konnte ich nicht orakeln bei update mäßig das hätten wir so lange gedauert ja da würde ich mal sagen wir starten in die erste halbzeit im orakel mein tipp ist ein 4 zu 0 für die bayern und dann starten wir jetzt mit der ersten halbzeit und los geht's so ihr könnt ihr gerne in die kommentare schreiben was ihr tippen bittet also ich denke mal hier wird nicht so viel bayern und schalke drin sein so hier haben wir von hannover 96 bakalotz nahm hier luke baggio von der hertha dann haben wir hier terrotte von köln dann haben wir hier soares von bochum dann haben wir hier placher oder ich kann es nicht schlesen oder placher ob das lübeck oder osnabrik dann haben wir hier von sand pauli kann man nicht richtig lesen wie in das selbst lesen dann haben wir castro von stuttgart dann haben wir von werder bremen anschein hier haben wir das 1 zu 0 für die bayern durch perisic und dann geht es weiter mit volland von bayern 04 leverkusen und dann haben wir noch die klubkarte von diesmal osnabrik und da haben wir schon den ersten teil der ersten halbzeit geschafft und wir kommen zum letzten teil der ersten halbzeit mal schauen was uns das noch bringt da haben wir die lane von dortmund und da hat sich perisic natürlich jetzt nicht mehr bei den bayern leider torung noriga keine ahnung von der hertha mit namen habe ich nicht so friedrich von union dann haben wir hier mohr von den kleeblättern ups nicht so schnell dann haben wir hier gordon von ksc dann haben wir hier von freiburg schwollow dann haben wir hier von werder bremen michael lang als nächstes haben wir hier von frankfurt garzinovic und da haben wir das 2 zu 0 durch david alaba und somit geht bayern 2 zu 0 in führung dann haben wir hier von augsburg gregoryc ohne haben wir hier von leverkusen kai havertz der jetzt nach schalzi gewechselt ist ja und das war es mit der ersten halbzeit ja bayern führen 2 zu 0 hier im orage so da bin ich mal gespannt was die zweite halbzeit noch bringt und dann geht es natürlich jetzt direkt weiter und auf geht's und dann schauen wir mal da haben wir von wolfsburg reichs das kann ich nicht lesen da könnt ihr mal lesen dann haben wir als nächstes von hoffenheim belfordil dann haben wir hier von paderborn sabiri oder wie er sich nennt dann haben wir hier von heidenheim treuer kauf ich hoffe ich habe es richtig gelesen dann haben wir hier von kiel schmidt und da haben wir das 2 zu 1 durch ortschipka dann haben wir hier von augsburg kettierer als nächstes aber von mainz 05 soll der nächste spieler ist hier von leverkusen amiri dann haben wir hier m bolo von glattbach und dann haben wir noch die club karte von heidenheim und wir kommen zum letzten teil dieses orakels kann schalke noch was erreichen oder wird bayern hier nochmal nachlegen wir haben hier wolfsburg weghorst dann haben wir hier von fortuna düsseldorf baker oder barker ich denke mal ja baker dann haben wir von paderborn holtmann dann haben wir von arminia bielefeld hartes oder hart herz können kann auch hart herz heißen dann haben wir mühling von kiel dann haben wir als nächstes von augsburg lichtsteiner dann haben wir von freiburg korn oder korn meine erst dann haben wir von frankfurt da costa haben wir von maiz 05 sind justy oder ja irgendwie so und haben wir von glattbach noch herrmann und die letzte karte ist hier von dortmund nico schulz ja und somit ist das orakel beendet so rakel hat ihr 2 zu 1 vorher gesehen also mein mein tipp war ja 4 0 für die bayern ja denkt dran eure tipps in die kommentare schreiben bis zum nächsten mal und auf wiedersehen ANDERGEEN weh